Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube GameStorm auf der Playstation 3 mit einem neuen Live-Commentary von der geilen Map Throne. Mit dabei ist die Typ 25 und die RPG. Ich habe mich mal entschlossen, die FHJ aus meiner Waffenliste hinauszuschmeißen. Wer jetzt Abonnent von mir ist, der weiß, die Grafik hat sich um 50% verbessert. Ich habe ein bisschen den Kontrast erhöht und die Helligkeit ein bisschen zurückgeschraubt. Ne, das Ding ist einfach ein bisschen heller. Man sieht jetzt auf jeden Fall mal, was auf der Karte so abgeht. Und man sieht auf jeden Fall das komplette Sichtfeld. Ja, genau. Hoffe ich mal, dass alles zu sehen ist. Das Video geht nicht um mich, sondern um euch, Digga. Um euch, ihr geilen Abonnenten, Alter. Ist halt echt die geilsten, muss ich echt sagen. Und mich hat ja jeder abonniert. Von Playstation 3 Zocker bis Xbox Zocker bis PC Zocker bis überhaupt kein PC Zocker. Es hat mich sogar einer abonniert. Das ist die Bananenrepublik. Sagt euch jetzt nichts. Der macht Videos über Finanzen, über Geld und so weiter. Und der hat mich abonniert. Schon ein bisschen komisch. Muss ich mal ein. Aber ich habe schon mal ein Ding gemacht. So ein Finanzgameplay. So. Haben wir den ersten Kill. Das wäre super. So ein 70 Abo-Kill. Aber einfach so ein 50 Punkte-Kill rein. Ja. Passt doch, oder? Herrlich. So. Ja. Jetzt solo spiele ich diese Mission nicht mehr. Habt nicht mal solo gespielt, Leute. Und zwar muss man ja die ganzen Leute rekrutieren. Und das habe ich einfach nicht hinbekommen. Die ganze Zeit habe ich die... Äh, da ist das an der Zeit. Ich glaube, acht Minuten hatten wir da Zeit, um die Angreifer zu töten. Ich habe die Map versucht, versucht, versucht zu machen, aber die hat nicht geklappt hier. Also, wenn ihr mal im Singleplayer seid und die Mission drankommt, nehmt auf jeden Fall eine andere Mission. Ich komme im Singleplayer bei Call of Duty, komme ich irgendwie nicht klar. Ich komme nicht klar. Ich denke, irgendwie, da stehen ganz viele Missionen, die ich machen kann. Und irgendwie, eins spielt in der Zukunft, eins spielt nicht in der Zukunft. Und ich weiß einfach nicht mehr, um was es einfach geht. So, genug gelabert, Leute. Vielen Dank, liebe Abonnenten. Ich hoffe auf noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein, euer YouTube Gamescom. Ciao.